So Leute, ich habe mir auf mein Apple TV mal dieses Play Dads Inside runtergeladen und das wollte ich jetzt mal gratis ausprobieren. Ich habe meinen Xbox Controller an den Apple TV angeschlossen und das klappt wirklich gut. Und es gibt inzwischen auch schon einige Spiele für Apple TV. Leider sind wenige gratis, aber ein paar kann man schon schön testen. Kennt irgendeiner die Spiele und hat das schon mal gespielt? Könnt ihr das empfehlen? Ich sage mal nach ein paar Minuten spielen, da weiß man immer nicht so wirklich, taugt das jetzt was oder nicht? Sollte man das Geld investieren? Ist ja schon ein bisschen spooky hier. Im dunklen Wald. Sieht ja schon ganz interessant aus. Ich weiß gar nicht, was hier das Ziel ist. Soll ich mich verstecken vor dem? Übrigens 133 Zoll Leinwand, falls es einer wissen möchte. Ich habe jetzt hier Licht an. Oh, der hat mich geschnappt. Ich glaube, das sollte so nicht passieren, oder? Ich habe mich schon gehört. Nein, der hat mich wieder erwischt. Das muss doch irgendwie klappen. Da muss ich bestimmt ganz langsam hier runter. Ich habe mich trotzdem gehört. Oh, der kommt gucken. Scheint doch zu klappen. Was ist denn das Ziel in diesem Spiel? Könnt ihr mir das sagen? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Sieht auf jeden Fall schon ganz interessant aus. Können wir das irgendwie aufmachen? Ja, umwerfen kann ich das. Da sind wieder Leute. Aber die sehen mich auf die Entfernung nicht. Wo kommt der Hund jetzt? Was macht denn jetzt? Kann doch nicht rennen, oder? Na, klasse. Wie komme ich jetzt weiter? Ach, hier liegt was. Du, ab ins Wasser. Gucken schon mal mit ihren Taschenlampen. Oh, ein Hund kommt. Der ist ja schneller als ich. Schnell, weg, 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 weg. Ach, geschafft. Leute, Leute. Ist eigentlich schon ganz witzig, das Spiel. Komm, gucken wir mal, was das kostet. So, hier sind wir jetzt im App Store. Da ist das Spiel. Kostet 7,99 Euro. Und meint ihr, das lohnt sich? Macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Aber 8 Euro? Na ja. Na ja. Na ja.